Aua. Aber ich hab's immerhin am Tower angegriffen. Ich bin in den Haller geworden. Ja, Mitte Tower down. Niemals! Wir sind hier ordentlich. Naja, ich bin jetzt weggegriffen. Dann geh ich in den Wirtschaftsburgern. Ja, zu viel Leben! Ja, warte, bleib erstmal beim Towerbeck. Ähm, Alistar kommt nach unten. Ja. Und der andere auch der Typ. Ah, ich hol mir noch mal einen Giri-Listanz. Also, das ist eine Mischung. Ich bin jetzt auch mal geschossen. Nicht in der Base. Obwohl doch, ich muss mal kurz in der Base. Ich kann den Dolch holen. Faktisch ist es wieder ausgeglichen. 5-5 Killbilanz. Unser Heimat-Dinger geht ab. Ne, unser Mungu geht ab. Und Leand. Wäge. Jetzt geht's. Klaus. Ein zur Einmal ist wieder da. Daniel! Wow, gehe ich jetzt nach runter oder nach oben? Sag was! Ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten. Ge gehe nach unten. Dank nochmal. Aber warum fängst du nicht mit deinem Titel? Du darfst eigentlich nicht vor Elsch weg. im Samarland schon wenn er drei andere Typen noch sind ich weiß aber jetzt nicht Lamer ich finde es dann ich weiß nicht können wir aber da auf kriegen also zumindest also da unten stehen Törme von dir das ist ein Masch Alter. Der ist viel zu hart, der Tower von Heimer, jetzt. Er wurde auch gar nicht verletzt. Der ist auch zu hart, der Tower, er. Dürft ihr nicht abtaken? Dürft ihr nicht abtaken? Hä, warum sieht der mich? Der hat sogar keinen Auge, oder? Irgendwann war es nur der Pilz, oder? Das war der Pilz, so. Oh, okay. Das Dingle kannst du nochmal an Last-Hit lassen, ich brauch irgendwie Mana. Ja, das ist, ich laufe die Tower, der aufsteht einfach hier. Ah. Danke. Lass mal in den Pfarrer gehen und... Ja, Daniel, geh mal runter und geh'n die. Ich bin doch schon längst tot. Böse, ganz böse, was war das? Kann doch ein normaler Schlagform sein, zieh die nicht zum zweiten Pilz, und nur einen. Lass mich gar an den Scheiß-Hung dran. Lass mich gar an den Scheiß-Hung dran. Ich lass dich ja alles da ins Gras bei. Affen, hier ist auch Mana. So, ich wollte gerade den Last-Hit-Lasten. Wada, wada. alles dort aus klar dass wir es gibt st st kommt es direkt mit zehn Minuten bringt auch nicht hier dringend nach dem er hat das da oben sind das ein bisschen vieler sagen dass die Porte Ja, ich muss mal kurz nach oben, ne? Na, wenn das so weitergeht, kriegen wir den irgendwann down in den Turm Ey, wir haben missen, A-Schmiss, A-Schmiss, A-Schmiss Bist du sicher, dass die nicht am Turm steht nur? Sehr schön, gleich bin ich auch noch auf level Komm nicht weg, kein Problem, ich kann nicht hier Eisch unten? Eisch, A-Schmiss, 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 A-Schmiss das was mich immer mal hergestellt die ganze Zeit mit der will man ab weil ich viele sind bei euch unten Ich hab gesagt du sollst wieder in die Mitte gehen. Ja. Okay. Vorbei bitte. Hä? Oh. Oh. Nein nein nein. Oh. Na gut. Ich geh und komm von hinten ne? Oh nein nein nein. Dann sind da schon vier Leute. Also ich halt das ewig durch. Na gut. Warte was. Also ich hab in 30 Sekunden meine Ulti. Dann kann man's versuchen. Aber jetzt gerade die alle vier zu killen ist ein bisschen schwierig. Oh oh. Oh nein. Dann bin ich gut runter. Ja. Die sind alle vier auf mich gegangen. Danke. Sonne. Sehr gut. Saft für dich. Oha. движingsverfahren. Ist... Dumm man sein kann. Ach ich bin hier rausgelaufen. Jetzt könnte ich wahrscheinlich noch sein gehen. Oh oh. Ich mach erst mal die resistente. So eigentlich schon mal mit der Ding die ganze Zeit auf Fresse geht. Oh ja. Oder du wirst auch ein bisschen mehr Schaden? Oh das ist doch jetzt ein bisschen mehr schaden. Toll, was soll ich jetzt hier alleine finden? Gar nichts, einfach weggehen Ja, versuche ich ja, aber... Ja, das war jetzt noch zu spät Danke Der Typ dumm ist Das hat ja schon so oft gemacht Alter, das... Wie schnell klickt denn? Ja, der braucht nur drei Tasten drücken, das reicht schon Ja, ja, schnell, auch nicht wachsen Super Können wir mal lang... Was sieht denn das in der Mitte aus? Das habt ihr ja die ganze Zeit gemacht, ihr wart 2 gegen 1 Ja, Markus hat nichts... Ne, Markus ist hochgerannt und hat Parasalen gekillt Jetzt greift er nicht den Power Hinter dir, Markus Nein Hinter mir? Oh Markus hinter dir, Alistar Alter, wie klein hast du dein Bildschirm? Auf 800x600 gestellt, oder was? Hinter mir... Oh Da steht er schon, Lex da Ja, ey, wir... Ich müsste den an... ...jumpen Da ist drunter, mir hat durch meinen Masch gelaufen, der steht in meinen Maschu Drunter ist er im Busch, ne? Da ist er Oh no So, dann lass mal hinten auf den Tower gehen Die können, können wir schon lange, außerdem ist gerade 2 Alle auf Tower, nur auf Tower Ohhhh Egal, egal, darf stehen Egal, egal, darf stehen Alter, wie schnell war die mir zu... Ausgelöscht mit deiner Rakete Die sind jetzt eigentlich gleich alle wieder da Für jedenfalls Ja, ich denk grad den Tower geil Oh, kein Heel, bitte Ich stell mich extra dem nehmen und erhielt mich nicht Ja, warte Dank Das ist jetzt die Ultime, oder? Ja Stopp Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg Oh Hiel dich hoch da an hier, warte Komm mal zur Seite Verdammt, ich brauch Mana Ich kann mit allem dienen, mach weiter Ahhh Ah Ich hab den Ewa gekillt Ja 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 Fit Ich steh hier, ich steh hier Oh Wann auch gar keiner versagen, ne Das ist jetzt ein Tower Oh, ich geh doch nicht auf den Tower Oh, scheiß wieder da Das ist ja einzige Nummer 2 Wir haben hier irgendeinen unverwundbaren Strip, der immer da steht Die oder die? Hier Wir müssen aufpassen, wegen der Ulti kommt ja Ich hab mal versucht, eine abzulocken Tarius ist jetzt auch wieder im Leben Ja, das war die ganze Zeit Das heißt, sie sind voll auf dem Leben Das heißt, sie sind voll auf dem Leben Und er killt ihn auch noch Oh I'm coming soon Wir stehen hier und stehen hier Die Garten sind noch keine Ja, ich hab meine Ulti Ich bin gleich da Hallo Die verfolgen sie mich Was war das denn? Warum gehen die auf mich? Ich bin die größte Gefahr Hmhm Wieso tot aus? Ich bin tot aus Ich bin tot aus Oh Oh, Madreds Killt bitte mal kurz jetzt mal den Drachen, ja Ich bin ja schon wieder da Ich könnte kurz jetzt mal den Drachen killen Ich könnte kurz jetzt mal den Drachen killen Wenn's geht Äh, hier Brauchst du noch Mana? Ja Ey, soll ich euch das sagen? Wir sind Dominaden Aua, Aua, Aua Oh, oben der Turm Geht da mal hin Oh, oh Achso Es läuft ja ja echt von Maschen bis Tod Da geht's Der Dreckstyp hat mir grad mein Kill geklaut Gunderne Wie viele sind in der Mitte? Äh, von uns? Sind vier, ja Ich hab's aber weg Ich versuch's ja Bader Nee, bitte, meine Bader-Regeneration Bitte bevorzug Haben Sie den Turm von Welt? Ah, ich hab ausgesehen den anderen Gedingstab Noch nicht ganz, aber was Was ist das für andere? Wenn ich mal die Fischkehren Kann ich nicht killen Komm schon So Ich muss das mal wieder skillen Ich hab das mal frei oder so Ah, ich schätze Und? Totale Verdichtung, ja Oh Oh Verdammte Scheiße Das ist Killglauver 9 Ich geh das ist auch erst an fünf stück beteiligt markus ich habe ein sechster kannst du mal meinen ach so hast du gewonnen weshalb haben denn alle außer dir full mana dann ja ich bin auch der der ständig neue türme bauen muss um gerade abgehört um die aufzuhalten lassen wir erst den drinnen kann das komplette team von uns steht mit full life full mana in der base von sich ich bin nicht gerade voll liebbar obwohl ich nichts gekauft habe lass mal die erst noch killen so geht doch heute hallo wir haben gewonnen voll spannend bei mir auf dem bildschirm ich stehe da so turm turm w w e w dann dann immer wenn der klub reinkam mit die ulti gemacht